Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft. Diesmal sind wir in der richtigen Minecraft Beta 1.8. Ja, und ich habe hier mal ein Texture Pack von Nisa reingeholt, weil ich dachte, es sieht besser aus. So, das hier war schon mal eine alte Let's Play Welt. Das war einfach zum Austesten und das ist eine andere Show Welt. Wir gehen schon mal in die Play Welt, wo Phreps die ersten drei Aufnahmen total vertagt hat. Ja, und ich weiß gerade selber nicht, wo sie sind. Da? Nein. Okay, ich habe praktisch gerade gar keine Ahnung. Äh? Ich weiß nicht, doch, ich weiß nicht, ich kann mal in dieser Richtung nehmen. Ich weiß nicht, wo? Hier. Ach doch, von hier haben wir schon. Genau, so. Ja, und da ist noch eine kleine Residenz, die ich in den letzten drei Aufnahmen schon verbaut habe. Ja. Ja. So kann das gehen, wenn Phreps nicht mit der Pre-Release will. So. 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 Da halt nicht. Gucken wir ob ich hier hin komme. Ja, da hin komme ich und da und da nicht mehr. So, so, so. Jetzt sind wir, äh, genau da, wo ich hin wollte. Hier, um meinen Haus zu bauen. Ohne Schafe. So. Ja, ich weiß, was ich sagen soll. Ja, guck mal, sie zieht scharf. Guck mal, ich helfe dir ein bisschen. Juhu. Ich müsste zumal hinterher. Ja. Sie ist normal an mich. Nicht unbedingt hinterher. Oh, ich wieder fangst. Wolle. Stirb. 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 Ach so, ich hätte ein kritischer Treffer, diese Sterne. Stirb, stirb, stirb. Stirb. Yeah. Rindergulasch gibt's halt auch noch. Du fragst nicht was für Rindergulasch. Na, das hab ich gar schon mal. Äh. Juhu. Noch mehr Rindergulasch. Schon sechs Rindergulasch. Ne, Mann, Scherz. Gulasch, äh, einfach nur. So. Und äh. Noch nicht das, was ich wollte. Ein Ofen. Südele. Platzieren hier mal die Öfene. Äh, die Steak da oben rein. Und die Kolle da unten. Boah, ist das hell. So, und jetzt gucken wir, ob wir da nochmal hochkommen. Wir müssen schneller als gerade eben. Schaufeln. Hat ich eigentlich schon Eisen? Nein. Doch, ich hab Eisen. Und hab keine Stickies mehr. Doch, so. Ach du Scheiße, was mir da einfällt. Ich hab schon die Items da unten. Ja, ich wollte das ganze 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 Welt schaffen. Ich spiele nur mit Show-Welt. Mit 2 Mini-Items. Kurz wieder raus. Beziehungsweise nur am Anfang, weil ich eine riesige Stadtmauer aufbauen bin. Ja, naja. Wie ihr seht, äh, für meine Verhältnisse, wenn ich was habe, was groß sein soll, äh, richtig gut aus. Oh, ich hätte mich nicht beschweigt, weil es sich selber lobt, dass ich verpackt mache, was wirklich ist. Aber, oh. Ich finde es nicht richtig. Ich denke mal, diese Woche... nicht mehr. Aber nächste Woche wird vielleicht noch eine Show rauskommen. Ich weiß ja. Wozu ist die Kamen? Das ist ja noch so. Ich weiß nicht. wie sie da kommt, weil die Kunden da ein Hoe, schon. Ich weiß nicht. ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber, wo die Augen sind. Schaue nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja ein paar Runde. Ja, und wenn die leer sind, verlieren wir, glaube ich, Leben. Ich weiß es nicht, ich will es aber nicht wissen. Wieso darf ich jetzt hier nochmal die Erde wegkriegen, damit keine Erde in diese Haus zu bauen? Ne, das ist Stein. Ah ja. Ich bin mal gespannt an unser erstes Dach finden werden, was, äh, blöderweise noch unbewohnt ist, aber... Nun gut. Weil, wie, ich denke mal, wir alle hier wissen, dass die MPCs erst in der GTA 1.9 rauskommen sollen, soweit ich es jetzt gehört habe. Und ich gerade doch richtig stecken. So. So. Zirinderfleisch holen. Indierfleisch, oh, geil. Ich bin gerade richtig Hunger, wisst ihr? Da, komm. Äh. Mal gucken, was passiert. Äh, nein, da. Ähm. Ah. Jetzt weiß ich, wie man das macht. Ha, ha, ha. Hm. Hm. Ich hab ja noch Händchen und alles. Moment. Hm. 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 Was willst du denn jetzt machen? Nein. Eisen, Stein, Wein. Eisen, Stein, Holz. Kuh, ich verschlage dich jetzt! Nein, zwei Schläge. Schläge, ja, leichte Schläge auf den Hinterkopf. Das Ding kann ich jetzt mal spielen. Also. Ha, flieg, Kuh, flieg, Kuh. Komm hier, komm hier, komm, komm. Gut. Geh gut. Oh, eingeschworen. Oh, Kohle. Oh, ich will jetzt mal Kohle. Ich will Künchen jagen. Und Kuh, Kuh. Äh, Kuh. Kuh, Kuh. Äh, Kuh. Kuh, Kuh. So, jetzt. Ich mein, du, hab ich jetzt, äh, keine Probleme mit, weil ich so will sie kommen. Oh, ein K... Ach, du Kacke. Ein unterirdischer Canyon. Ich will da nicht schreien. Yeah. Noch zwei, drei Kühe und dann haben wir unsere erste Akku. Und dann ist es geliefert. Oh ja, noch zwei. Besser zwei. Okay. Oh. Fast. Hihihihihi. Ich frag mich wort, wie weit ist das runter? Also wo kommen wir da hin? Nirgends, okay. Dann kann ich mal wieder hoch. Oder auch nicht. Was seh ich mir da? Ob das ne blöde Idee war? Oh. Oh. Ich glaub es war ne blöde Idee. Oh mein Gott. Ich muss hier hoch. Und weiter. Schnauscheln hoch. Schnauscheln hoch. Schnauscheln. Mach hinne. Schnauscheln hoch. Ich würde nicht hoch sprinten. Ah. Schnauscheln hoch. Hoppala. Ja. Ach. Warum ist noch mehr Kuh? Oder schon die Gehle. Schnauscheln hoch. Schnauscheln hoch. Dann nehmen wir die mal raus. Und dann nehmen wir... Zwei Krone rein. Tun dieses Beef da mal verbrützeln. Und dann tun wir hier mal Fackel. 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 Nein. Fackel weg. Und äh. Fackel weg. Und da und da. Und dann ist gut. Wenn ich jetzt schlafen würde, heißt der mal... I can't sleep at night. Hohoho. Ähm. Ist der Eirun? Se Ironie tue ich mal weg. Se Knibbel tue ich mal weg. Hohohoho. Ich geh in Hunger. Was ist das da? Mann. Das ist doch gar nicht mehr weg. Ähm. Na. Wir müssen natürlich noch mal die Mine da hinten rein. Also da. Ich find's grad gar nichts an vorbei. Ich find's grad gar nichts an vorbei. Oh. 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 Da hab ich schon erkundet. Wisst ihr was? Ich mach jetzt nicht auf. Äh. Easy. Weil ich grad absolut keine Lust dazu habe. Weil ihr könnt Essen dabei haben. Und ich mich erst mal drangrühren muss. Und äh. Nein. Vergesst das. Alter. Ja. Die machen. Die machen. Wenig hell. Wo kommt mir das jetzt vor. Dass die wenig hell haben. Obwohl sie nicht bei euch ist. Ob die die nicht sehen. Oder. Ja. Was ihr mir auch sagen könnt. Ist wenn ich ein bisschen leise bin. So. Hopp. Hau die Steine weg. Äh. Kohle weg. Ich hab grad so'n schönes Lied an. Das fand ich von mir. Und ich werd's doch nicht singen. Da müsst ihr selber auf Youtube gucken. Und den dann noch. So. Und schwubididup. Und jetzt haben wir das. Und da. Und da. Und hier geht's irgendwo hin wo ich nicht sehe. Wenn das nicht sehen will. Ich weiß es nicht. Oh. Huu. So schön bläulich. Hier äh. Geht das da. Ja da geht's raus. Wir haben Nacht. Au. Backe. Oh. Cool. Hey. Hier war ich doch schonmal. Vor kurzem. Ja. Hier war ich schonmal gewesen. Geil. Ach. Scheiße. Geil. Ja. Ja ich schonmal. Ich find das cool. Und jetzt hab ich kein Dings mehr. Das heißt ich noch was essen. Wo war denn das jetzt? Da ist es. Äh. Ok. Aber da ist es besser. Ich weiß es. Und jetzt. Ich weiß es. Gut. Und jetzt. Wir müssen noch mal.